Dies ist eine AdWords Textanzeige. Genau wie diese hier. Die Zusatzinformationen zu Ihrem Unternehmen werden als Anzeigenerweiterungen bezeichnet. Sie geben den Kunden einen noch größeren Anreiz auf Ihre Anzeigen zu klicken. Der Kleinunternehmer Tom verwendet Anzeigenerweiterungen, um seine neue AdWords Kampagne zu verbessern. Tom ist Inhaber eines Blumengeschäfts mit zwei Standorten und einem neuen Online-Auftragssystem. In seinen AdWords Anzeigen hat er bisher noch keine Anzeigenerweiterungen verwendet. Beim Entwerfen einer neuen Kampagne wird ihm allerdings bewusst, dass viele der Anzeigenerweiterungen für sein Unternehmen durchaus sinnvoll sind. Mit Sightling-Erweiterungen können in Ihren Anzeigen bis zu sechs zusätzliche Links zu verschiedenen Seiten Ihrer Website erscheinen. Tom entscheidet sich für Sightlinks, um seinen Kunden einen schnellen Zugriff auf die Seiten zu bieten, die Sie am meisten interessieren, wie Öffnungszeiten und Standorte und meistverkaufte Produktkategorien, wie beliebte Sträußer. Mit Standorterweiterungen erscheint Ihre Unternehmensadresse direkt neben Ihrer Anzeige. Da viele von Toms Kunden vor dem Kauf im Internet surfen, können Standorterweiterungen dazu beitragen, dass Sie seine Ladengeschäfte leichter finden und besuchen. Anruferweiterungen führen die Nutzer direkt zu Ihrem Geschäft, indem Ihre Telefonnummer oder die Schaltfläche Anrufen mit Ihren Anzeigen erscheinen. Tom weiß, dass die Kunden den Blumenkauf bis zur letzten Minute aufschieben. Daher können Anruferweiterungen seinen Kunden die Last-Minute-Einkäufe erleichtern. Mit Angebotserweiterungen können Sie einen Link zu Ihren Angeboten oder Gutscheinen anzeigen. Tom bietet Monatsaktionen an, um Überschussware zu verkaufen. Dazu richtet er Angebotserweiterungen ein, um diese Aktionen hervorzuheben und Kunden davon zu überzeugen, bei ihm einzukaufen. Folgende Punkte sind wichtig, bevor Sie mit der Einrichtung von Anzeigenerweiterungen beginnen. Sie können eine oder mehrere Anzeigenerweiterungen verwenden, wenn Sie eine Kampagne einrichten. Viele Anzeigenerweiterungen können nur in Kampagnen verwendet werden, die im Suchnetzwerk geschaltet werden. Für die Einrichtung von Anzeigenerweiterungen fallen keinerlei Gebühren an. Es fallen nur Kosten an, wenn ein Nutzer mit Ihrer Anzeigenerweiterung interagiert, also beispielsweise einen Anruf tätigt oder den Routenplaner verwendet. Sobald Toms neue Kampagne eingerichtet ist und läuft, kann er die Leistung jeder einzelnen Anzeigenerweiterung überprüfen. Dazu muss er nur den Tab Anzeigenerweiterung in seinem Konto aufrufen. Und es dauert gar nicht lange, bis die ersten Ergebnisse vorliegen. Tom zeigt den Nutzern, die seine Anzeige sehen, was gerade angeboten wird und so helfen ihm Anzeigenerweiterungen immer mehr Klicks und Anrufe in Kunden umzuwarten.